Ich wollte heute mal einen Blick darauf werfen, wie Kautabletten gegen Sodbrennen helfen. Aber dafür müssen wir erstmal in den Magen vom Menschen schauen. Und zur Hilfe habe ich mir hier nochmal den Rotkohlindikator genommen. Im Neutralen hat dieser die Farbe Blau bzw. Lila. Ein Hauptbestandteil der Magensäure ist Salzsäure. Das ist eine starke Säure und färbt den Indikator rot. Gelangt diese in die Speiseröhre, kann sie da zu Verätzungen führen, was wir als Sodbrennen kennen. Dagegen sollen solche Kautabletten helfen. Diese zerkau ich natürlich nicht, sondern zermahle sie hier. Die Tabletten enthalten Hydrotalkid. Das ist ein Mineral, das Säuren binden kann, indem es im Magen langsam Aluminiumhydroxid freisetzt. Und damit die Säure neutralisiert. Das zerkaute Pulver kommt jetzt also langsam über die Speiseröhre im Magen an. Nach nur kurzer Zeit wird die Säure neutralisiert, wodurch sich der Indikator wieder blau färbt. Und damit ist dann auch unser Sodbrennen vorbei.